Du fährst jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit in die Universität oder auch zur Schule und du bist auf der Suche nach einem sehr funktionellen Bike-Rucksack mit Laptopfach. Der Burton Gorge mit 20 Liter Packvolumen ist der richtige für dich. Ich zeige dir, ob er wirklich wasserfest ist und vor allen Dingen, wie er sich im Fahrradgebrauch verhält. Sprich, schadet der Schweiß über den Rücken dem Laptop, ja oder nein. Ich zeige es dir in den folgenden Videos. Also abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.